Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Energiearbeit speziell für Liebe Es besteht alles aus Energie. Die Energiefelder können wir beeinflussen, verändern. Und jeder einzelne Mensch hat ein anderes Energiefeld. Jetzt versuchen Einfluss nehmen auf anderen, nenne ich als Manipulation. Und ich finde das nicht ethisch. Wichtig ist erkennen, in welchem Energiefeld wir selbst haben. Und dieser Energiefeld besteht aus Denken und Fühlen. Wie sollen wir unseren Gefühlen transformieren? Wie sollen wir unseren Gedanken ordnen oder ändern? Damit wir das richtige Energiefeld haben. Und es gibt ein kosmisches Gesetz und es trifft auch zu. All das, was wir ausstrahlen, ziehen wir an. Und das ist die Ausstrahlung, genau dieser Energiefeld. Also vor wir anfangen, versuchen etwas zu erzwingen oder beschleunigen, was auch zu nichts führt, nur zu Enttäuschungen. Weil dann wird von Traum ein Albtraum. Dann sollen wir lieber an uns selber, unserem eigenen Energiefeld arbeiten. Und dann ist die Garantie da. Das führt auch zu dem richtigen Partner, Partnerin, zu einer glücklichen Partnerschaft, was ich als Komplementärseele bezeichne. Komplementärseele bedeutet Ergänzung, Erfüllung. Ich würde noch dazu sagen, auch die Befreiung. Ich biete Ihnen an, meine Unterstützung. In welchem Energiefeld befinden Sie sich gerade? Und welcher Zeitpunkt ist optimal, das zu transformieren, verändern? Und das können Sie auch als Blitzberatung buchen. Wie funktioniert ein Blitzberatung per E-Mail? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at denn dera susannamedici.com Bitte beschreiben Sie Ihre Lebenssituation. Dann auch die Begriffe zu Energiearbeit. Und ich benötige noch dazu die Geburtsdatum, wenn das möglich ist, mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich werde diese E-Mails persönlich blitzschnell beantworten. Und eine Frage kostet 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.